Kiro, Shadow died twice, ja, besser nicht, wo wir hier die Kopflosen platt machen und ich würde hier direkt weitermachen, Kopflosen zerstören wollen, beim Sempo Tempel ist noch einer, genau, aber wo war der, dort war der doch. So, ich muss erstmal wieder reinkommen hier, links war ja einer, ne, ja. I don't get it. Frag mich, wie viele Geheimtüren ich verpasst habe. Das war, blablabla, ich muss durch das ganze Gebiet, Gebiet nochmal gehen, nein. Ah, hier ist doch noch so einer. Aschina Umland, du bist doch bestimmt härter, ne? Wade, ich hab dir gerade das Gefühl, ich hab dich schon platt gemacht. Hä? Hey, was das? Ja, was? Ich hab mich hoch. Wait a minute. Oh. Da. Nein. Nicht da nochmal richtig abspringen könnte, oder? Hier. So. Hier war ich gar nicht. Ah, okay, hab ich mir schon fast gedacht. Ich wollte es nicht sagen. Das, da ist das Sempo Tempel dann. Okay. 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 Ah, Wasser. Ich bin diesen Weg nicht nochmal gegangen, okay. Gut, dann müssen wir den nicht nochmal platt machen. Es ist gut oder schlecht, naja. Dann fällt mir noch einer ein. Okay. Das war so. Isten, ich bin den nicht nur von, like, wenn er nicht so gut Chan Holding hat, muss das. Isten sicheranta, ein solcher Aider bet Fotogeräten. Und hat es auch Soldat. Ich bin die Kontrausu. Ich bin das. Er ist eine Roman Sue úr. Und hat er er Budgeräten gemacht. jetzt den ich nicht mehr reise ganz gute indikatoren dass da irgendwas faul ist auf ihn habe ich halt gar keinen bock das ist auch so ein mage mann wie passiert das immer ich hab sie dich ich hab sie dich Ich muss noch eine Duration überleben. Oh, ich schaffte da mit der Dots. Spann. Was ist das? Ja, wie trage ich es denn? Nicht hier, ne? Das habe ich nicht. Muss ich mal auch ausprobieren. Aber wie trägt man sowas? Das hier ist so ein Item. Na, aber da war. So, soviel zu dem. Und mehr fallen mir gerade auch nicht ein. Jetzt muss ich wieder googeln, was ich denn machen könnte. Wo kann man denn hin? Nein. Da bin ich gerade. Ja. Ah, ich bin gerade komplett wrecked. Wrecked, nein, lass mal gucken. Ich schaue mir an, was man denn noch so machen kann. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gucke einfach erstmal auch was verpassbar ist, I guess. Vielen Dank. Ah, wir haben noch zwei Bosse. Also, äh, verpassbarer Boss, also optionale Bosse. Ja gut, dann weiß ich Bescheid, ne? Dann mach ich mir eine Hauptquest weiter, oder was? Nein. Eigentlich würde ich gerne von Anfang bis zum Borg nochmal Level durchgehen und kann ein bisschen, weil ich es gar nicht nötig habe. Ähm, eine XP-Farm. Gibt es sogar noch eine dritte Phase im Game, das habe ich... gelesen... Funkenachs... Okay. Okay. Hoffentlich wird es dann wieder hell. Und dann kann ich auch gucken, wo es Wasser stellen gilt. Einfach ein bisschen Sidesing... Ah, bevor ich dann weitermache einfach... Oder? Hätte ich jetzt gesagt. Gut. 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 Ich weiß hier auf dem Ast, hier kann man nicht wirklich was machen. Ich wollte das nicht machen, aber egal, können wir ja resetten, nageln wir nicht, ist zu schwer. Hier ist vielleicht ein neuer Boss, aber nee, schade, hätte man mal machen können. Ich weiß hier was, nein. Nein. Hm. Wir sind aber auch weniger Leute, habe ich das Gefühl. Okay. Hey. Ich den nicht finische gerade. So krass brauche ich jetzt hier die ganze Materialien nicht. Na gut. Da stimmt hier die beiden, da kann man nichts machen. Vereint. Also ich wollte dich sogar beruhigen lassen. Ich hatte gerade überlegt, einfach ihn sein zu lassen, aber zu spät. Ah stimmt, hier ist doch noch ein Händler. Was geht ab? Bei ihm kann man hier noch ein paar Sachen holen. Auch Konfetti. Und bei ihm kann man nicht so viel krasses holen. Ich kann sogar richtig schleichen. Warum auch immer. Mach mal was. Hier war er dead. Ja, du warst auch ein bisschen Arschloch, hätte ich dir den großen gegeben, soweit ich weiß. Auf NG Plus wirst du ja gewesen. Einfach für diese eine Flasche mehr. Ah, ich bin hier. Ah, er fällt eigentlich zu mehr locker. Ah, der Typ ist hier nicht mehr. Hier ist ein Mikri-Konter für mich. Zeige ich doch. Boah. Hefe. Ja. Sonst kann man hier nicht so wirklich Sachen machen. Ah, das ging. Okay. Ah, das geht nicht wirklich, ne? Hier ist ein Item, ja. Okay, war Wurf, oder? Huch, das wollte ich nicht. Hier sind so viele Schützen eben deshalb. Gäben halt auch nicht so viel. Na, die Tür hatte ich ja noch aufgemacht, ja. Heißen, Schrott, naja. Der Mond. Da hier, ich bin jetzt hier, genau, dann musste ich halt diesen langen Weg gehen. Kann ich halt auch mal machen. Hier kam halt so die Schlange. Die ist halt auch ad. Wait, ist da irgendwas für mich? Ne, na? Seht nicht so aus. Huch. Wie ist denn das passiert? Ich bin doch immer... Außer wenn ich springe. Das war ein bisschen komisch. Oh, hier hat's angefangen. Ist hier Wasser? Ne, na? Ist ja auch neu mit dem Wasser. Kenne ich. Ich tauchen kann. Achso, ja. Weniger spannend ohne Schlange hier in der Nähe. Das würde ich auch nicht machen. So. Es kann nicht passieren, dass ich noch irgendwie auf den Boss treffe, ne? Aber... Weil das auch passiert, dass ich... Aber ich hier irgendwie... Hab ich nicht das Gefühl, ich noch so einen Boss treffe. Also... Kein krasser Boss, sondern so ein Mini-Boss. Wo ich halt... Eine Perle kriege. Könnte ja googeln, wie viele man... Insgesamt kriegen kann. Genau, dann ist hier eins. Ja, kann ich nehmen. Das war hier jetzt ein bisschen größer. Genau. Aber er ging auch noch klar. Also, wir haben ja in den Gebieten halt nie verbracht. Weil er ist wirklich stuck häufig. Kann sein, dass er sogar ne ganz Zeit hier ist, weil ich den verpasst hab. Glaub ich. Weil ich jetzt nicht so stark war. Der ist sehr gut. Ja, ich bin halt alle Eisenschrott. Okay. Ach so. Dann kommt ja der erste große Bossfight. Genau. Glaub ich wieder. Das war das. Das war das. Das war das. Das war das. So, wir sind ja gleich wieder in der Borg, ne? Ist so das, was ich mir erhofft habe. Backtracking, jetzt habe ich nichts Neues. Was ist mit dir? So, weiter. Gut, doch nicht. Der ist ja noch ein Händler. Guck. Oh, shit. Jetzt will ich die Tür ja extra aufmachen. Oh, was? Die ist sogar verschlossen? Hm, das ist ja interessant. Das ist ja äußerst interessant. Gut, dann müssen wir uns von der Burg ja zurückkämpfen, um die aufzumachen. Oh, kommen wir denn da zurück? Das hier. Da, ne, da kommen wir gar nicht zurück. Nicht mit mir. Kommen wir gar nicht mehr zurück. Da, doch. Ah, da? Ah, da? Das können wir nehmen. Ach, dämmelt, das geht ja dann gar nicht mehr. Mann, das ist doch blöd. Ah, gar nicht. Das ist doch blöd. Ah, kann ich das aufmachen? Ne, war klar Kommen wir ja gar nicht mehr zurück Was für das Spiel damit Was für das Spiel Das brauche ich aber gar nicht mehr machen eigentlich Ja, dann gehe ich so Gut, wir können ja gar nicht richtig Nein, oh, nicht die Illusionsglocke Aber zum Glück Okay Dieser Abschnitt Okay, die wollen die uns Bocken Was macht man denn? Ja, was gibt's denn noch? Also ich bin jetzt hier Das Das Ja gut, das brauche ich nicht nochmal durchgehen Da war ich ja permanent Und hier auch Das will ich nicht nochmal durchgehen Da wird sich nichts neu verändern Da sind wir dann natürlich hingegangen Ja, dann lass es hier weitermachen, ne? Was anderes bleibt uns nicht übrig Zum Palast der Urquelle Da haben wir ja den Boss platt gemacht Jetzt haben wir wieder Gegner Auf unserem Kaliber Das sieht hier schön aus Doch nur ein Upgrade Ich hab mir das hier nicht mal aktiviert So So Ja, du glaubst mir sich toch noch ein Ansonsten Ja, dass es sich mal vor Ah, das ist das Gebiet, ja, ja, da habe ich schon Bilder gesehen und Videos. Soll sehr viel Spaß machen hier. Soll ich mich einfach hier zum Schmonter droppen, das wären wir noch zu hoch. To be honest. Hä? Okay, doch nicht. Soll ich mich einfach hier zum Schmonter droppen? Was ist denn das? Was ist denn das? Also, ich weiß nicht, was du meinst. Ah, so ein typischer OP-Fanboy. Ich kann keine anderen Meinungen akzeptieren. Das ist nur meine Meinung bis dahin. Ja, ja, das ist das Wichtigste, dass du keine Pagiate hast. Ich meine, da steht ja auch nicht 100% KI. Und ich finde es komplett okay, wenn man KI nutzt, um seinen Text zu schreiben. Wenn der Inhalt selbst rausgesucht wurde. Wenn KI halt besser schreiben kann. Dann haben wir ja auch Umschreibungssoftware auf unserem Seminar benutzt. So ist es ja nicht, ne? Ja, gut, wenn das so ist. Was? Musst du entscheiden. Ich meine, da steht ja nur 43% oder was das war. Ey. Oh mein Gott. Äh? Ihhh. Ah, GPT kemmert, äh ne? Oh mein Gott. Tch. Oh, Mann! Okay. 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 I need to see if you can hear. Okay. I'm going to get here. Okay. How long is this rich here? Oh my god! 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 Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, das ist ja das hier. Erhüllt ihre Reichweite, ja? Aber rohe ich gar nicht gerade. Alter. Da ist irgendwas. Das ist ja gar nicht gut. Das ist ja außerhalb. Oh, warte ich komme. Na, komm, mache ich gleich. Oh, das ist echt unnötig hier. Ne, leider nicht. Okay, warum kriege ich das? Das ist nicht gut. Viel besser. Oh mein Gott, sind da viele? Oh no. Ey, das ist doch scheiße. Oh mein Gott. Das Timing. Das war behindert. Das war's. Ah. 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 Ah, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe noch eine Wut-Farm. Ich habe noch eine Wut-Farm. Einfach alle zu mir holen, wie ich so finde. Hier waren die, ne? Ja. Nein, wir brauchen sie nicht mehr. Wir treffen uns nicht aber auch gegenseitig. Ja, naja. Oh mein Gott. Sie haben alle getriggert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Sieht doch sehr gut. Oh mein Gott. 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 So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Ich werde das nicht mehr aufbauen. Ich werde das nicht mehr aufbauen. Ich werde das nicht mehr aufbauen. das meine ich nicht aber dass ich auch wasser aus dem palast welcher gefühl mit göttlichen wasser das bei dem artigen das palast beliebt ist hochzeitsprozess prozessionen die den palast der uk will erreichen werden mit dem getränk begrüßt neigte der artigen im palast nur zudrinkt nach herzenslust da haben wir die einhinter triggern ja aber kommt runter und naja dann ist das da oben ist halt auch hier mal alles kommt glaube ich nach oben das war denn ich verstehe das ja ich würde sie noch viel mit bänden Das machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao.